Jagdtotal präsentiert die neue Jagdtotal Folge 23. Oryx. Zwei Stück sind da. Kann es sein, ob da ein Bulle dabei ist? Das linke ist, glaube ich, auf jeden Fall eine Kuh. Könnte ein Bulle sein. Was wir versuchen können, ist, wir können einfach mal hier runtergehen. Dass wir einfach ein bisschen Distanz gut machen. Ja, ich denke, wenn wir einfach ein bisschen näher herankommen, dass wir genauer ansprechen können. Ich meine, das ist jetzt immer noch weit. Der Wind ist noch gut. Ja, komm, wir gehen einfach mal hier runter, dann gucken wir. Da hinten, da siehst du Knus, da müssen wir jetzt nur aufpassen, dass die uns nicht gleich mitkriegen. Ja, der Pöffel des Kleinmannes. Ich sage nicht so gerne des Abendmannes, aber des Kleinmannes. Ja, siehst du den Oryx? Genau. Die sind zu zweit, die Oryx. Also da ist irgendwo noch eins sah aus wie eine Kuh. Das andere könnte halt ein Bulle sein. Aber das Gute ist, so könnt ihr uns fast nicht sehen, wenn wir hier im Schatten sind. Wenn du jetzt nach rechts guckst, in dem Grün da oben, siehst du, da steht einer von den Oryx. Der kommt hier so, wenn wir Glück haben, kommt die hier so runter in die Senge, das wäre natürlich besser. Auf die Spitze. Ja, siehst du da, ne? Aber der kommt nach rechts runter hier, ne? Also oder rüber, noch nicht runter. Oh, komm, mach dich fertig. Dicker Keiler. Hier vorne. Komm her. Ich hab hier so meine Schulter. Nimm meine Ärmel. Greif den so. Scheiße, 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 scheiße. Der geht da durch die Büsche. Scheiße, das war ein richtig dicker Keiler. Das war ein richtig dicker Keiler. Oh mein Gott. 40 Meter vor uns kam hier ein richtig starker Keiler raus. Aber ja, wir waren nicht, wir waren nicht wirklich vorbereitet. Und der stand eigentlich bestimmt eine halbe Minute, aber ja, gut, okay. Nächstes Mal sind wir noch bereit. Nächstes Mal sind wir schnell fahren. Nächstes Mal. Das ist halt auch mit der Yacht, ne? Ja. Man, ich bin auch da oben die ganze Zeit hingeguckt und die Knuse hier hinter uns und so. Und in diesem Moment kommt der Keiler halt da hoch, ne? Aber das war ein richtig starker Keiler. Das war ein richtig starker Keiler. Der hatte echt beide Seiten noch so richtig ordentliche Bananen, naja. Weil die Knuse, ich will da auch ein bisschen Abstand dazwischen ausbringen. Wir haben ja noch genug Licht, noch geht das erstmal, dann gucken wir mal. Und da ist das? Vier oder fünf Schweine hier vorne. Hier ist halt so ein Schweinebau. Der ist jetzt auch noch bewohnt. Du siehst, hier ist immer frische Bewegung, da ist Gras davor. Aber man muss halt aufpassen. Jetzt ist noch okay, noch sind die nicht im Loch, wenn wir hier aber gegen haben. Wobei, läufst du nicht davor lang, weil wenn die rauskommen, dann haben die dich gleich. Die schieben sich ein. Ja, die schieben sich ein, ja. Hier sind unten ein Haufen Schweine drin, ne? Ja, hier und rechts von uns hier in der Senke weiter, ne? Da ist ein Haufen Zeug, also Schweine. Die Oryx sehe ich im Moment nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob die wieder abgedreht sind oder irgendwo anders hin sind. Links ist der Keiler, rechts ist Bache. Er ist ja so ein bisschen zu jung. Der hat zwar schon eine Länge, aber wir haben ja noch ein paar Tage gekommen, wir suchen. Der war nicht schlecht, aber der muss schon alt sein, passt das, dann macht das mehr Spaß. Bringt nicht so ärgerstig später an. Das ist nicht so der Sinn der Sache. Der war noch ein bisschen, du siehst halt, der Länge fängt schon an, aber der ist noch nicht dick, nein, die sind noch relativ dünn. Ja, wir hatten jetzt hier gerade auch wieder einen Keiler und eine Bache vor uns, aber der war halt leider noch ein bisschen jung. Das wäre zu schade um den gewesen, aber das ist halt trotzdem spannend, das ist halt immer noch Yacht. Aber ja, jetzt haben wir nicht mehr lange Licht, vielleicht noch 15, 20 Minuten. Ich will noch hier über die Gruppe kommen, gucken wir mal, ob wir da noch irgendwas anderes sehen, was vielleicht interessant ist oder irgendwas passendes. Da ist ein Keiler. Ich kann euch nicht mehr über die Gruppe kommen. Ich weiß nicht, ob wir da überall gehen können. Ist das immer wieder neu? Das ist das schon wirklich. Ich weiß nicht. Oh, was ist das? Ja, die Gruppe kommen hier. Ich weiß nicht. Der zieht jetzt so genau weg in die Lücke rein gleich. Der zieht jetzt genau weg von uns. Jetzt müssen wir gucken, ob wir da gleich hinterher kommen. Schießt der hier vorne? Nein, das ist eine Wache. Die war aber mit dem Keiler. Der Keiler ist immer noch da hinten. Das ist die andere. Ich weiß nicht, wo der Keiler hin ist. Der ist noch irgendwo da hinten geblieben. Hörst du das Schwein hier im Loch? Ja. Ich weiß nicht, wo der ist. Wir müssen gleich gucken hier. Komm, wir gucken, was hier drin ist. Ah, wieso? Wir stehen immer auf. Wenn hier hinten der richtige Keiler drin ist, in dem Loch, und der kommt raus, dann kannst du den schießen. Ja, okay. Stille lieber hier, weil die Gitarre hinzu rauskommt. So hin. Oh ja. Ja. Wir haben jetzt hier vorne im Loch ein Schwein. Wir wissen nicht genau, was für einer das ist. Wenn das ein richtiger Keiler ist, dann können wir gucken, was wir machen. Aber wir versuchen jetzt halt, dass der aus dem Loch kommt. Das wird jetzt eine spannende Geschichte. Komm her, mach die fertig. Wir versuchen erst mal so rauszulocken. Genau. Mach dich fertig. Mach dich nicht sauer. Du musst hier nicht weggehen. Du schießt mich hier gleich. Bleib hier stehen. Hast du den sichert schon? Nee. Ich hab ihn auf dem sichert. Bleib du hier stehen. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, warte, warte, warte. Nein, warte, warte. Alter. Okay, da war halt keiner dabei. Das war ein saueres Fußantrag. Mach dich jetzt. Das war eine spannende Kiste, oder? Mach dich jetzt. Mach dich noch. Steck uns schon. Alter. Nee, da kommt ja so ganz von mir raus. Ja, da war jetzt leider kein richtiger Keiler dabei. Sonst wär das spannend geworden. Oh Gott. Wenn die in unsere Richtung so richtig draufkriegen. Weißt du? Wär wie gut. Die kam aber da rausgeprescht, ey. Er hat sie richtig sauer gemacht. Dass so eine ganze Familie rauskommt, das hab ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, doch. Guck mal hier der Nebel, ey. Der Sand, ey. Krass. Boah, krass, ey. Aber wie die erst mal, die hat erst mal ungedeutet. Das war richtig geblasen, haben sie. Das ist hier auch im Bau hier drunter, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Ganze Herdende da hinten, da kommt noch mehr. Jetzt hatten wir den ersten Jachttag hier hinter uns. Schöne Abendstimmung gerade. Hatten eine richtig, richtig gute Chance auf einen starken Keiler. Leider verpasst, weil wir noch nicht fertig waren sozusagen. Aber ich denke mal, ab morgen geben wir richtig Vollgas. Wir hatten viel gesehen jetzt hier. Wir hatten nochmal ein paar spannende Sachen. Aber ja, das war Tag eins erstmal. Wir geben morgen wieder Vollgas. Ja, wir werden doch schnell hier mal gucken. Vielleicht ist hier ein Keiler dabei. Vielleicht ist hier ein Keiler dabei. Also da hinten, an der ganzen Senke entlang, so im Gegenraum sind überall immer wieder Schweine. Ich denke, wenn wir uns jetzt hier runter bewegen, hier reingehen, schön die Sonne im Rücken, Wind ist von vorne. Vielleicht finden wir doch irgendwo noch einen richtigen Keiler. Auch Schweine. Ja, hier sind überall Schweine. Wir müssen halt gucken. Ja, du musst einfach bereit sein, weil das kann jeder in jedem Moment sein, dass da einer rauskommt hier. Guck mal. Siehst du die ganzen Schweine? Da und da rechts auch. Und da links halt noch einer. Ja, wieder links. Hinten ist ein junger Keiler. Hier vorne, das sind halt Frischlinge und Überläufer. Wir müssen gucken, irgendwo kann immer sein, dass da ein Keiler dabei steckt. Wir haben jetzt hier heute Nachmittag nochmal versucht, nochmal auf Keiler. Sind hier in dieser Senke, wo die gerne sind und sich aufhalten. Und wir sehen auch viele, aber noch nicht das Richtige. Ja, das ist eine Bache. Ja, das sind zwei Bachen und dann alles noch Junge dazwischen. Aber wir müssen halt trotzdem gucken. Das kann immer sein, dass ein Keiler irgendwo hier steckt. Aber da sind noch mehrere Wurst, was wir jetzt noch nicht einsehen können hier vorne. Wir gehen einfach mal langsam hier drinnen weiter. So, 80 Meter vor uns ist noch Schweine. Hier vorne zwei Stück. Da von links ist auch noch eins. Genau, wo die Büsche aufhören. Keiler, würdest du jetzt zwischen denen sofort raussehen? Ja, der steht viel höher. Aber ich tue es deutlich größer auch. Oh, klar. 430. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Mach, mach, mach. Der kommt gleich nach oben. Da kommt er, da kommt er. Okay, warte mal, komm, 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 komm. Da ist er, 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 da ist er. Jetzt. Warte mal, warte manera. Bleib drauf, bleib drauf, bleib drauf. Bleib drauf. Da geht er runter. Da geht er runter. Da geht er runter. Da geht er runter. Ist ok. Muss nicht nochmal schießen. Muss nicht nochmal schießen. Den hab ich hier bei dir. Ja, der ist ein bisschen hinten, aber ist ok. Ich sag doch, sei bereit. Du musst immer bereit sein. Alter, du hast einen richtig starken Keiler, ne? Geil. Guck mal hier. Vor uns sind die Schweine gerade aus dem Loch. Ist der runter? Der ist runter. Fuck. Du machst es aber auch spannend. Du, Afrika ist nicht zu sissi. Alter. Tschüss. Guck mal hier. Vor uns sind die Schweine gerade aus dem Loch. Hier ist das Loch. Guck mal, hier kam die raus. Genau vor uns. Das wäre jetzt Action pur, oder? Tolle Abendstimmung. Alles ruhig. Nichts. Alles ruhig. Die ganze Zeit immer Bachen. Frischlinge, Überläufer. Und wir kommen hier so um den Busch rum. Und da vorne steht der Keiler. Aber was weiß ich. Keiler. Du bist ein Keiler. Ich glaube, ein Keiler. So. Jetzt gehen wir hin. Sollen wir gucken gehen? Ja. Sollen wir mal gucken. Rechts ist davon. Rechts ist davon. Ich habe ja von Anfang an gesagt, sei bereit. Das kann sich jeden Moment ändern. Das ist so gut, dass ich dir noch den Nigelo Gurt gegeben habe. Das war perfekt. Den Action Gurt. Im Anschlag geblieben. Sofort. Zeig ich mal. Super Sache. Ja. Ja. Wait one second. Wait one second. Wahnsinn. Boah, guck mal den an. Ja, guck dir das an. Nur was für ein alter Kerl. Was für ein Keiler. Ja, was für ein Keiler. Das ist super. Toll. Das ist super. Guck mal hier, wie der geschweißt hat. Als das Geschoss wirkte. Ja, ja, das funktioniert schon. Boah, der hat ja richtig geschweißt. Aber wenn, dann ein richtig Dornigen, ne? Super. Ich glaube, der kriegt das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. So, lieber Marc. Also, heute war ein richtig erfolgreicher Tag für dich. Ja. Weidmannsheil. Zu einem richtig alten, starken Keiler. Super geschossen. Situationen gut ausgenutzt. Und ich freue mich für dich. Weidmannsheil. Weidmannstank. Der ist alt. Guck mal, wie der schon zurückgesetzt hat. Der war schon mal mehr. Ja. Aber jetzt ist der hier schon ein Stück runter. Genau. Und Massiker geworden. Der ist schön stark. Aber nicht mehr scharf jetzt hier. Der kommt schon runter. Alter Keiler, ne? Das ist ein richtig alter Keiler. Guck mal hier vorne auch. Boah. Das ist ein richtig starker Keiler. Toll. Das ist super. Danke, dass du mich ermutigt hast. Ich freue mich für dich. Auch wenn ich mich jetzt. Das war ein Tag, ne? Was für ein Tag. Mission Komplett. Genau. Du sagst es. Dass nochmal so ein Keiler kommt. Und dann so eine kurze Aktion. Ja. Das war das. Also wir hatten jetzt lange Zeit vorher. Wo wir jetzt gepierst sind. Immer was gesehen. Aber nie das Richtige gemacht getan. Und dann jetzt lange nichts, nichts, nichts. Und dann auf einmal. Und das war dann so Action. Das war eine Sache von 30 Sekunden. Ja. Richtig. Ja, weil wir kamen um die Ecke. Der stand da. Hatte uns im Prinzip mit. Und dann ist er ja sozusagen abgehauen. Aber hier durch die Senke. Weil es zum Glück noch ein bisschen offener ist. Ja. Hat er dann halt nochmal verhofft. Wo wir ihn dann nochmal sehen konnten. Das war die gute Chance. Richtig. Ich freue mich auch. War eine super Sache. Ich hätte es mir gar nicht besser wünschen können. Ich meine. Das zeigt einfach. Die Yacht ist erst zu Ende, wenn du wieder zu Hause bist. Genau. Solange muss man echt wirklich ganze Zeit konzentriert und voll dabei sein. Und dann klappt das auch nochmal mitunter. Und ja. Ich freue mich. Einfach ein schöner, gelungener Abend war das. Nehmen Sie uns mit? Ich bin nicht. Drei. Ne. Ich brauche eine Jacke. Keine Anhalter. Fuck Jacke brauche ich. Ich bin oben ein Kreiler mit dort. Ja. Ja. Ein krasser Kreiler. Ja. Hast du den? Ja. Super. Ich gehe jetzt einmal nach hinten hin. Alter schön. Einmal zurück. Wolltest du den schultern? Ja. Ja. So und. Hupp. Jawohl. Und Qualität. Und mehr Dankes vonكل Anything først patikal an Geld und Qualität. Das ist der Grund, warum Jagd-Total sich für eine Partnerschaft mit diesen großartigen Firmen entschieden hat. Und so wie wir kannst auch du deren Produkten vertrauen, um dem Anspruch an deinem nächsten Jagderlebnis gerecht zu werden. JagdTotal präsentierte diese JagdTotal-Folge aus Namibia.